Oh, ja. Heilung. Obwohl, Dings ist halt im Moment noch ziemlich scheiße. Egal. Wie viele Sonderbombgons haben wir? Zwei. Ich glaube, wir geben die ihm mal. Gute Dings. Gute Devils. So, ein Polizist, klar. Du hast nichts zu tun. Unglaublich. Geiler Schnäuzer. Greg. Terrible. Normal. Au. Nee, der ist... Harambe ist noch ziemlich scheiße. Wir brauchen andere Attacken. Ähm. Kitty Cut. Vielleicht entwickelt sich Kitty Cut ja noch vor der Inselprüfung. Das war ja richtig geil. Body Check. Ja, du kriegst... Au. Du stirbst jetzt aber. Iiii... Ja. Wow. Das wäre aber nicht One-Hit gewesen. De 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 De. So. So. Kitty Cut wieder nach vorne. Bist du... Nee. Ach, du bist so eine Touri. Scheiß Touri, ne? Okay. Da geht's in die Stadt. Und wie Glitches hier? Alles klar. X-Treffer. Netzball. Oh. Das ist doch ein Trainer. Du hast Wasser-Pokémon. Das ist nicht so geil. Hm. Vielleicht... Können wir's ja trotzdem. No. Das könnte jetzt weh tun. Iiiiih. Oh. Maddy. Ist doch gar nicht, wann Maddy sich entwickelt. Ja, wir sind eh langsam erst Heck. Punkensprung. Volt Absurd. Wow, okay. Alles klar. Okay. Level 28 für Lucha. Flying Press. Englischer Name? What the hell? Einmal schützt sich aus der Luft auf das Ziel. Die Attacke gehört sowohl dem Typ Kampf als auch dem Typ Flug an. jàst. Äh. Ja. Whtf? Tentara Ne, wir bleiben Immer Ladestrahl Er hat mit Sicherheit nicht Voltabsorber Wow Okay, okay Jep, regenerieren So Du bist kein Trainer Friedhof ist hier oder was? Oh Dann ist hier wahrscheinlich das Ja Hier ist dann das Geistviech, oder? Und ich Schraubenboy kommt dann Leider raus aus dem Team Doch wir haben ja Unlicht Wow Okay Ja, easy Wir hauen sie weg Komm Dynamische Maxi-Flamme Oh ja Tschüss Ja, Schraubenboy kriegt noch Level 28 Okay Jetzt nicht unbedingt gebraucht Die Vorschüler Diego Oh, das ist ein Feuer Das ist die Vorschufe von Magma Glaube ich Mal Biss ein Oh, geil Ist zurückgeschreckt Oh ja Ledia Das Käferflug, oder so Das sieht auf jeden Fall aus wie ein Käfer Mich würde wundern, wenn das kein Käfer ist Ja Das ist ein Käfer Oder war Was haben wir hier Schutzband Kommt man da hin Über Okay Von oben Oh I knew it So, war das so Junge Dame Ich sage ja Dame Dame Marguerite Marguerite Käufer Du warst Normal Jep Tschüss Alter Was hat das denn Für eine Verteidigung Holy Wow Mein Doppelgeg ist nicht Schreckste Attacke Aber Come on Eieiei Top Genesung Natürlich Ähm Müssen wir wieder heilen Nein Jawohl Das war ein Crit Aber es reicht nicht Ne Zwei Crits wären Hätten gereicht Alter Heftig Das Vieh Jawohl Drei Level noch Kack Level Kratz Furrier Das ist normal Oder Ne Nee Nee Harry Battle W27 Eissahn Nice Ich weiß nicht mehr Seine Kraft Reserve Oder Donner Glaub ich Ich glaube wir hauen bis weg Ja Es flinscht auch Ja Kann auch Zurückschrecken Wir haben so oft So viele Unlicht Attacken Geil Nice Attacke Endlich 28 28 Für Maddy Das war Curelay Nochmal Man sieht hier ja nicht Ach äh Fee Das war dieses Haarband da Gegen Fee Ist Stahl gut Stahl und Gift Ah Harambe Wir haben Etwas für dich zu tun Ja Äh Kraft Reserve Please Ah da steht sogar Das ist sehr effektiv Ist Okay Und Gehs Harambe Ziemlich scheiße Kann das sein Oder Die Pokémon Von der Sind einfach Ne Ultra Gut Jetzt müssten wir überleben Ja Tschüss Lern bitte eine Attacke Minium Ich glaube es ist nicht so nice Wenn wir da simuliert sein gehören Und hat finstere Gedanken Erhöht Spezialangriff Stark Okay Äh Ich glaube wir vergessen Finte Weil Ist eh physisch Und Holen uns Ranks mit rein Plus Plus zwei Äh Ne Plus zwei Spezialangriff Wieder irgendwelche Tipps Äh Äh Ja doch Punky Kein Tiefskull Du siehst aus wie Team Skull Punkerin Malu Punker Ziehen sich aber nicht so an Na gut Es müsste Käfer sein Okay Ja Bannsticker Bannsticker Attacken vom Typ Geist Verstärkt Oh So jetzt Fangen wir uns Hoffentlich Das Dings Können Gengar Können Gengar haben Können Gengar haben Ups Entschuldigung Ich liebe Gengar Ich liebe Gengar Fuck Da ist es Schnüffler Guck mal Wenn wir noch ein Höherlevel Höherleveligeres kriegen Und dich Fangen wir jetzt auch mal Ich töte das nicht Es tötet Alles klar Oh Ja Du 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 Wir werfen mal einen Flottball Da Komm schon Yes Wir nehmen das schon mal mit rein Für Schraubenwoll Muss mal gucken, ob man Gengar nur durch Tauschen bekommen kann, weil wenn ja Geht das schlecht Dann nehmen wir Gengar doch nicht mit rein Äh, okay Geist Gift sogar Ist das geil Aber Gengar Kriegt man Nur im Tausch Ich weiß nicht, ob man hier irgendwie Mit jemandem tauschen und wieder zurücktauschen kann Im Spiel Jetzt kommt das andere nicht mehr Ah, Alter 24 Das Level Und Level 25 entwickelt es sich zu Apollo Und dann immer, wenn man es tauscht Mit zu Gengar Danke, Sound Sehr gut Ist wirklich Hat es jetzt auch Schnüffler? Ne, das hat jetzt eine andere Fähigkeit Scheiße Flottball, Flottball, Flottball Yes Äh, boah Ah, ich habe einen Namen Geistpflanze Äh, ne Ich weh Rudi Rudi Äh, mein Team bitte Für Schraubenboy Es war schön mit dir Aber Tschüss Was hat das denn? Gucken wir uns das mal an Äh, nein Es ist langsam Es ist physisch Es hat Äh Fähigkeit Innere Kraft Wird das Pokémon ausgewechselt Werden seine Statusprobleme gehalten Oh Okay, das ist geil Erstauner Okay Ist immerhin Geistattacke Die wir verstärken können Steig Angriff und Spitz Verwurzelung Füllt jeder Und ohne KP auf Okay Haustausch und Flucht sind unmöglich Okay Und Finte Gar nicht mal so scheiße Äh Wir geben immer Mal das Was Geistattacke Verstärkt Achso, ne Ich will keine Items Bewegen Äh, ne Äh, wartet doch Wir geben Flinklau Geben wir mal Der Maddy Und Wo war das denn Attacken Oder Attacken von Typ Pflanze Erhüllt die Feuer Ne, wo ist das denn Ah, die Bandsticker Oh, hello Per Trank Per Trank Per Trank